so hallo wir machen weiter bei ori and the world of the wisps letztes mal sind wir im brunnen quell gelandet haben da die fähigkeit kennen gelernt mit diesen blauen sachen zu interagieren können uns jetzt überall ranhangeln was ganz cooles haben dadurch schon mehrere erz gesammelt dann hier die dornen weg gemacht die aber nur zu einer neuen quest gibt oder ist noch was was ich noch nicht geholt habe da habe ich was übersehen ich habe da was übersehen da muss ich noch mal ein dann gut dass es eine karte gibt haben dann hier den 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 schreien gemacht haben deswegen den platz mehr hier bin ich noch nicht rüber gekommen das hat noch nicht funktioniert aber euch den dreifach sprung glaube ich für und ja außerdem haben unser geld gelevelt und können es fast schon wieder leveln mit 850 kann man nämlich das nächste die nächste stufe holen ja so ist im moment der weg der dinge uns kann uns hier weiter bewegen halt stopp hier geht es runter aha und wir haben die 850 ja stabil das könnte ich eigentlich schon zurück und leveln wollen wir das schnell machen was ist denn jetzt los oh mein gott jetzt wird es aber wild hier das geht jetzt noch gar nicht das ist jetzt hier zu was ich kann hier wieder zurück das kann ich ich kann auch hier rum doch das geht auch okay jetzt haben wir das umgegangen okay hier kann ich rüber noch ein schalter aber wieso stehe ich denn jetzt ach weil sich das ding immer weiter dreht das wird von einer quest zur nächsten sozusagen geführt jetzt muss ich da durch jetzt komme ich wieder zu einem schalt oder was ja ja aua 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 falsche taste okay von vorn ja einfach mal nicht die falsche taste drücken und schon ist alles gut wir drehen noch mal und jetzt scheint der weg offen zu sein wo wir hinwollen okay kann ich jetzt also will ich jetzt da ist nichts mehr versteckt okay moment das ist doch das fühlt sich so an als wäre da noch was nein ja yes sag ich doch von wegen da ist nichts mehr versteckt ist doch genau gewusst okay hü okay jetzt bin ich da drüben da ja okay jetzt gucken wir mal kurz ob ich da noch hoch könnte hier sieht es auch noch so aus wie wenn da noch was wäre nein gut dann will ich das mal glauben oh das sieht wieder nach einem kampfraum aus oder sowas ähnliche ne einfach nur ein großer raum okay wie schon mal gesagt ihr seid groß aber nicht gefährlich so ein ding ist das okay okay aha zack und jetzt dreht sich noch viel mehr jetzt dreht sich außen nämlich der ganze kram und es geht das nächste tor auf ich verstehe sehr schön dann müssten wir jetzt hier drin aber noch den kompass suchen sehe ich das richtig der ist da oben das da oben ist ein kompass oder das sieht doch ziemlich deutlich wie ein kompass aus ne eisennadel doch ja eisennadel kompass genau sehr gut achso und hier ist der ausgang haben wir jetzt hier drin alles wie sieht denn die wände wie sehen denn die wände so aus ach hier geht es noch hoch die frage ist kann ich okay doch da will ich da will ich hin da muss ich doch hin können oder komme ich da nicht hin oh oh aua doch da komme ich hin oder ach scheiße ich bin mal mit meinen tasten oh ich hasse alles ich immer mit den falschen tasten die ich drücke na ist echt traurig so häng dich da ran jetzt häng dich da ran jetzt dankeschön genau einfach da rein dann da hoch dann da hoch und das war's sehr gut optimal und tschüss schön viel geld mitnehmen prima okay gehen wir raus bringen den kompass zurück ah da ist er ja mein kompass du hast ihn gefunden ich schulde dir was wanderer nimm das schuld beglichen ja ein korrekt herz dankeschön optimal gut ich überlege ob ich kurz zurück gehen soll es ist nicht weit es ist wirklich nicht weit wir gehen kurz zurück wir holen uns nur schnell hier den kollegen da müsste ich rankommen da müsste ich rankommen die zwei nehmen wir kurz mit und ja mein gott mach dich weg ähm das ist unter mir okay hm wie ist das jetzt gedacht ah jetzt komme ich da nicht mehr ran scheiße oh ne das dreht sich noch nicht ah das ist dumm okay dann machen wir kurz was anderes dann machen wir kurz was anderes hier komme ich jetzt ja auch hier hoch ne da ist ja auch noch irgendwas und hier komme ich auch noch runter ne komme ich noch nicht weil sich das noch nicht dreht okay so aber wie gesagt hier komme ich hoch aua oh da ist jemand lupo der kartentyp ja gib mir die karte von dem gebiet selbstverständlich her damit jawoll jo oh guck mal da ist auch noch was und hier haben wir auch noch was oh scheiße ja hier komme ich noch nicht hin da muss ich schwimmen ja klar das ist außen da komme ich selbstverständlich noch nicht komplett hin ja aber sonst haben wir eigentlich schon ganz gut aufgeräumt würde ich mal sagen hier noch irgendwas nee ne nur mir noch was zu sagen ja zumindest nichts wichtiges okay dann versuchen wir da drüben jetzt hoch zu kommen Was ist denn hier ein Schalter? Yo, was? Den habe ich noch gar nicht gefunden. Den hatte ich noch gar nicht, ne? Oha! Oha! Ja, nice! Jetzt ist das Wasser da unten weg. Jetzt kann ich da auch nochmal runter. Okay, ja gut, dass wir da nochmal rein sind. Da ist ja noch richtig viel. Oh shit. Ja, das, äh... Wo bin ich jetzt? Hier stehe ich, okay. So. Okay, da oben will ich lang. Nee, so nicht. So? Ja, so komme ich ran. Zumindest kurz. Kurz dachte das Spiel, ich kann da ran. Dann gehen wir es mal hier hin. Ach, jetzt dreht sich das ja, lol. Ich versuche wieder den schweren Weg. Dabei... Dabei brauche ich den gar nicht. Er dreht sich das jetzt nicht mehr. Ah, das dreht sich wieder zurück. Ach so. Muss ich schnell sein, ich verstehe. Ja, kein Problem. Oha. Na gut, da bekomme ich hin. Sehr geil. Okay, da geht's noch höher. Ja. Ach nee, da geht's noch wieder raus. Okay, okay, okay. Gut. Ja, dann haben wir das. Dann da unten noch nach links. Ja. Jawollo. Sehr schön. Ah, jetzt muss ich zum rauskommen. Ja, okay. Das war nicht so klug. So. X. Okay, passt. Und hier rüber. Sehr schön. So, jetzt wollte ich hier noch... Genau, die Ecke hier anschauen und da unten die Ecke. Das sieht irgendwie so gräulich aus, aber vielleicht ist es auch nur... Kein, du warst da nicht gräulich, sondern einfach nur ein so gräulich. Kann natürlich auch sein. Ach, lol. Ne, aber da oben war ich doch auch schon. Ich erinnere mich doch, dass ich da war. Aber da war ich noch nicht, siehste. Hat sich schon gelohnt. Und da unten. Ich dachte, da war ich... Ja, okay, da war ich wirklich. Gut. Scheiße. Ach, immer in der letzten Energiezelle. Aber gut, ich starte gleich da oben. Oben, das ist gut. Dann können wir einfach runter. Und raus. Sehr schön. So, dann kommen wir jetzt nämlich da raus. Wenn wir denn rauskommen. Danke. Wo dieser Knopf ist, richtig. Aber wie komme ich denn... Aha. So komme ich da ran. Und jetzt will ich hier noch rankommen. Das muss auch noch irgendwie möglich sein. Ja, das sieht doch gut aus. Da oben. Du musst weg. Okay. Jetzt baumel da so ein Ding rum. Das ist aber auch nicht schlecht. Okay. Oh, jetzt habe ich das Ding nicht mehr. Okay. Huch. Muss ich nochmal ran. Nein. Oh. Ärgerlich. Moment. Okay. Da komme ich nur da hoch. Ah. Okay. Nochmal. Es gibt es doch nicht. Ah, vorne hat es einfach auf Anhieb funktioniert. Und jetzt mache ich hier... Okay. jetzt hin. So. Habe ich das Viech wenigstens jetzt schon ausgelöst? Oder muss ich das nochmal machen? Ja, ich muss nochmal ran. Okay. Alles klar. So. Wo von hier aus ist das grüne Ding? Über mir. Okay. Alles klar. Mann. 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 点. Da oben drin, oder was? Komm ich da rein? Ne, oder? So nicht. Ne. Ha. Ach, hier oben. Jetzt. Alles klar. Sehr schön. Gut. Okay, wisst ihr was? Wenn wir gerade schon hier das hier sehen, gehen wir kurz mal diesen Weg hier an der Seite hoch. Dann haben wir das nämlich auch schon mal gemacht. Da komme ich doch safe hin. Jawollo! Nice. Kleiner Zwischenspeicher kommt. Sehr schön. Ah! Hoch mit dir. Sehr gut. Jetzt. Und hier ran. Okay, wir sind hier. Da drüben ist gar nichts mehr. Interessant. Kann ich da rein? Ah, ich kann da rein. Ah, jetzt komme ich von hier bis ganz rüber, oder was? Okay, Vorsicht. Yes! Ab dafür. Oh lol. Hier ist wieder so ein Geisterding. Ja. Oha. Wo ist das Ding? Oh Gott, es gibt so viele Möglichkeiten, wo das sein könnte, ne? Äh, Hilfe. Es gibt echt viele Möglichkeiten, wo das sein könnte. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ah, nein! Nein, 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 nein! Oh, da oben. Da war ein Splitter. Okay. Wir kommen in Safe auch anders da nochmal hoch. Wo war der Splitter? Da oben drauf, genau. Ich bin hier. Ich muss da hin. Wait, was ist hier? Was ist da drüben? Da war ich schon drin, oder wie? Aber da ist irgendwas eingezeichnet, hä? Da ist der Start von dem Geisterrennen! Stimmt! Stimmt, das ist da. Ja, warte, dann gehen wir da kurz hin. Ich erinnere mich. Genau, hier ist das. Okay, sehr cool. Dann haben wir das jetzt auch geöffnet. Okay, let's go! So, hier durch. Achso, ja klar, bis nach oben. Oh mein Gott, bis nach oben. Das ist ja das Ziel. Ach, du Scheiße. Da gibt's safe einen schnelleren Weg als durch den Gang. Hundertprozentig. Hundertprozentig gibt's da einen schnelleren Weg. Aber lang. Soll ich da irgendwie höher? Ja. Nein. Hier lang. Nee, da kann man sich nirgends nehmen. Man kann sich da nirgends dranhängen. Ach, das sind doch ärgerliche Momente. Nee, es gibt nur den Weg. Na gut. Ja, ist okay, ist okay. Ja, ich hab den Weg verstanden. Ich wollte nur gucken, ob es einen schnelleren Weg gibt. Und die Antwort ist, nein. Das ist jetzt nicht ganz so gut, weil ich ein bisschen zu weit unten bin. Gerade für meine Gefühle. Aber wir haben's gerettet. Scheiße. Ja, er gewinnt. Ich komm nicht mehr hoch. Ich komm da nicht hoch. Wieso komm ich da nicht hoch? Was ist das denn? Das ist frech. Okay. Okay. Das war frech. Ich komm da nicht hoch. Hä? Fäng dich doch nicht da ran. Das war knapp. Ja, aber jetzt bin ich deutlich weiter vorne. Ich muss nur diesen scheiß Sprung hier schaffen. Dankeschön. 1.000 gibt's dafür. Sehr, sehr geil. Okay. Jo, wir haben den Doppelsprung. Wir können den Doppelsprung... Äh, den Dreifachsprung kaufen. Wir können den Dreifachsprung kaufen. Let's go. Das ist ein Grund mehr, zu dem Viech zurückzugehen. Und jetzt hab ich alles, was ich wollte, ne? Ja, wir waren hier durch den... Ach, den Splitter wollte ich noch holen, richtig. Ja gut, er muss jetzt halt nochmal da hoch. Jetzt wissen wir auch, dass es keinen schnelleren Weg gibt. Schade. Ja, ist wirklich schade. Oh oh. Ah. Ständig hängt sie irgendwo fest, ey. So. Ja, da komm ich leider nur von oben hin. Ach, ist in Ordnung. Toll. Ja gut, er macht schon gut Schaden. So ist nicht. Wenn man halt schlecht spielt, dann... Ach, scheiß, was tue ich? Dann kann er schon wehtun. Ach, scheiß, Mann. Ich bin zu ungeduldig. Ah. So. So. Lass mich jetzt da hoch, Mann. So. Oh oh. Ah doch, diesmal hat es gepasst. Sehr gut. So. Wo ist das jetzt, das Ding? Genau unter mir. Okay. Ja, man sieht sogar... Oh Mann, ich bin so blöd. Ultra Wurfhaken. Hake dich an Feinden fest. Oh mein Gott, das ist auch strong. So, dann müssen wir jetzt einmal ausrüsten. Das kann raus. Ultra Wurfhaken kommt erstmal. Halte dich an ein Feind fest und verursache Schaden. Okay, okay. 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 So, aber hier drüben kann ich doch auch noch irgendwas machen. Äh. Ich bin sicher, da kommt man noch irgendwo hin. Aber gerade nicht. Äh. Gerade nicht. Ärgerlich. Na gut. Na gut, dann runter. Bisschen auf der Energie achten, weil die ist gleich kaputt. Oh. Hier kann ich rein. Lol. Was man nicht alles findet. Sensationell. Sensationell. Okay, cool. Ja, das war klar. Bei der wenigen Energie, die ich noch hatte. War das zu erwarten. So, aber jetzt erstmal dreifach Spur holen. Das hat jetzt oberste Priorität. Und dann muss ich wieder irgendwas hergeben zum, zum Dingsen. Aber, ja, dann nehmen wir halt sowas wie irgendwie so Belastbarkeit raus oder so. Keine Ahnung. Weil den will ich schon dauerhaft nutzen. Ach, scheiße. Ich bin schon wieder ins Falsche rein. Ich bin schon wieder ins Falsche rein. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Ich gehe immer ins Falsche. Ich muss da noch eins weiter runter. Ja, so nämlich. Ich... Genau so. So. Raus da. Raus hier. Aber ganz flott. Genau, hier wollte ich hin. Gib mir den Dreifachsprung. Zack. Oh, yes. Oh, freaking yes. Okay, so. Was nehmen wir raus? Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Erstmal. Ah, es ist so gut. Es ist so gut. So, jetzt ist hier unten noch was gewesen. Da habe ich noch was übersehen. Okay, ach, da kam ich noch nicht durch. Deswegen. Ich wollte schon sagen, ich bin noch nicht dumm. Ich kam da noch nicht durch. Okay, alles klar. Jetzt ergibt das schon mehr Sinn. So. Komme ich jetzt aber vielleicht hier weiter? Ich meine, wo es hauptsächlich weitergeht, ist mir schon bewusst. Aber ich meine mit dem Dre... Oh mein Gott. Oh mein Gott, mit dem Dreisprung geht jetzt so viel. Was ist denn der Übersprung? Schüsse mit dem Geistbogentreffer, auch Feinde in der Nähe. Okay, das ist nicht so wichtig. Also noch nicht so wichtig. Da komme ich nicht hin. Erstmal speichern. Nice. Ja. Oh, der Dreifachsprung macht so viel aus. Der ist halt jetzt immer das Müh, was uns bisher gefehlt hat. Das ist der Dreifachsprung. Das kleine Müh, was uns bisher immer gefehlt hat. Hier genauso. Okay, da komme ich so noch nicht hoch. Okay, hier vielleicht. Nee. Nee, okay. Okay. Ah, hier komme ich hin. Oh, da oben ist einer zum Quatschen. Willst du eine Tasche, Kollege? Bitte, du willst eine Tasche. Sag, du willst eine Tasche. Jeden Tag kommt neue Moki auf die Lichtung. Deswegen bitten wir Krumm, die Lichtung zu verschönern. Wir würden das selbst tun, aber wir sind klein und spielen lieber. Okay, du willst gar nichts. Überhaupt nichts willst du. Du bist ja langweilig. Na gut. Okay, da komme ich nicht hin. Oh mein Gott. Yes. Okay, was ist hier oben? Aktuell nichts. Okay, aktuell geht da gar nichts. Okay, da ist ein Splitter und ich komme nicht ran. Das ist frech. Na gut. Na gut, meinetwegen. Lol, ich habe das gar nicht realisiert, dass das in dem Feuer Dings ist. Oha. Okay. Aber das war das, was ich meinte. Das ist das, wo ich jetzt rangekommen bin. Gut. Da käme ich jetzt wahrscheinlich auch ran. Aber das können wir dann machen, wenn wir hier wieder runterkommen. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Zu weit will ich jetzt auch nicht weg von unserer Heimat. Äh, Heimat von unserem aktuellen Ort. Oh mein Gott, ich komme hier hoch. Never mind. Never mind. Let's go. Okay, da komme ich jetzt auch ran. Da komme ich jetzt auch ran. Da komme ich ran. Da komme ich ran. Da komme ich ran. Und wie ich da ran komme. Oh, ich liebe es. Sehr schön. Kopfgeld. Du hast einen neuen Blö. Damit lassen Feinde mehr Geisterlicht fallen, besitzen aber mehr Gesundheit und verursachen mehr Schaden. Oh. Oh. Okay. I see you. Sie lassen mir Geisterlicht fallen, was gut ist, aber sind stärker. Weiß ich noch nicht, ob ich das will. Bin ich mir noch unschlüssig. Okay. Komme ich jetzt auch da hoch? Nee, noch nicht. Äh, da wollte ich jetzt nicht rein. Aber ist okay. Wo komme ich da hoch? Nee, keine Chance. Okay. Gibt es einen anderen Weg oder erst später dann vielleicht? Nee, eigentlich gibt es keinen anderen Weg. Oh, vielleicht gibt es doch einen anderen Weg. Hm. Weil hier... Nee, also wenn dann... Wenn dann von hier irgendwo... Aber da drüben ist ja... Nee, das ist Destin gewesen. Ich glaube, da komme ich noch nicht hin. Oder habe ich mich irgendwie verguckt? Nee, das hier ist abgeschlossen. Nee. Ich glaube, da komme ich noch nicht hoch. Würde ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig sagen. Nee, ich glaube, das ist mir wirklich noch zu hoch. Okay. Ja, gut. Nee. Nee, glaube ich nicht. Okay, ist egal. Oh mein Gott, was tue ich denn? Ach, jetzt habe ich aber das Geld nicht abgegradet, ne? Deswegen bin ich eigentlich hin. Aber gut, der Dreisprung ist besser. Der Dreifachsprung ist einfach besser. Komm, wir können ja mal das Kopfgeld probieren. Und gucken, ob es uns Böse aufs Maul gibt. Was nehmen wir denn dafür raus? Ah. Ah, siehst du? Jetzt wird es schon schwierig, ne? Das Einzige, was ich rausnehmen kann, ist eigentlich das hier. Das tut zwar weh, weil ich dann noch mehr Energie verliere, aber erstmal muss ich es riskieren. Nein, scheiße. Boah. Jo, das war doch schon ordentlich Kohle. Okay, komm her. Ja, doch, das passt schon. Doch, das ist voll okay. Das kann man schon so machen, erstmal. Ach, hier wollte ich gar nicht hoch, ne? Ja, da brauchen wir nicht hin. Da waren wir schon. Hier wollte ich hoch. So, weil jetzt müssen wir im Hauptteil weiter. Und der Hauptteil ist jetzt... Da müssen wir rein. Nein, nicht da rein. Na, hier war, glaube ich, nichts mehr. Hier haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles gesehen. Ja, doch, hier sind wir wirklich, wirklich durch. Also wirklich, 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 wirklich. So. Okay, hier müssen wir rein. Letzter Abschnitt des Brunnenquells. Beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.